So wird Liederwald weich gemacht. 10.000 Mal hoch und runter. Auf dem Platz, wo wir heute geschlafen haben, kam ja der Bauer vorbei und hat uns eingeladen zu sich nach Hause. Ihr wohnt da und sein Mitarbeiter oder Vater oder wer auch immer macht das Liederweich. Schöne Gegend hier mit Pferden. Wann auch ein Babypferd irgendwo gewesen? Ja. Und da ist es. Wo ist es? Da ist es, genau. Und da ist es auch ein weißes. Genau, ein weißes Babypferd. Genau. Guten Morgen, sehen wir noch.